Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zum Forex am Abend, Ihrem persönlichen Markthaus und Rückblick. Mein Name ist Dennis Gürtler und wir am Mittwoch, den 17.12.2014, es ist 19.08 Uhr, ganz genau. Wir zeigen uns recht volatilitätsarm. Der FED-Zinsentscheid steht an. In 52 Minuten wird Janet Yellen sich hier über die zukünftige amerikanische Notenbankpolitik äußern. Es geht maßgeblich hier um den Zeitpunkt der Zinsanhebung, zumindest um Hinweise, um wann sich denn die FED entscheiden könnte, die Zinsen anheben zu wollen. Diskussion ist da, wie gesagt, flächenbreit natürlich immer noch. Es ist eher in der frühen Mitte oder Ende des nächsten Jahres, 2015. Aber gut, das wird mit Sicherheit hier letztendlich Bewegung ins Spiel bringen. Werden wir gleich darauf eingehen, wie man damit umgeht, weil das ist ja meistens die Frage, was machen wir jetzt eigentlich beim größeren Ausbruch nach oben oder nach unten? Das ist eigentlich, glaube ich, die Frage, die die meisten beschäftigt. Werden wir dann nochmal besprechen. Jetzt präsentiere ich Ihnen einige Währungspaare. Ich glaube, sechs Stück sind es an der Zahl, die interessant sind. Australisch-Dollar, US-Dollar. Den Pullback konnte man hier relativ klar handeln. Haben wir auch auf unserem Börsenportal, glaube ich, vorgestellt. War heute Mittag, glaube ich, in dem Bereich. Vortag ist tief. Haben wir hier bei der 0,82er Marke angetestet. Schöner Abpraller nach unten. Es ist so, dass wir hier weiterhin in einem abwärtsverlaufenden Trendkanal sind. Die nächsten schönen Widerstände liegen so im Bereich hier des Vorwochentiefs, im Bereich der 0,82,13. Großartig über die 0,82,40 auf Schlusskursbasis H1 sollte es allerdings nicht mehr gehen. Die Trendwende ist erfolgt über dem Vortageshoch, die kurzfristige Trendwende unter 0,82,72. Aktuell sind wir hier weiter, rechnen wir hier weiter mit fallenden Kursen. Da lohnt immer ein Blick auf den Euro-Australisch-Dollar. Momentan eine sehr interessante Situation. Vielleicht erinnern Sie sich heute nochmal an das Video, beziehungsweise diejenigen, die hier das regelmäßig verfolgen. Am Morgen heute haben wir gesagt, wir sind hier an der oberen Trendkanallinie angekommen. Ein Rücklauf würde uns nicht überraschen in den Bereich hier der letzten Hochpunkt, den Bereich der unteren Trendkanallinie 1,51,61 ist das zu nennen, das Level. Naja und diesbezüglich gibt es hier die Möglichkeit, den Trend jetzt untergeordnet, wenn die Fortsetzung kommt, das Ganze umzusetzen. Gefällt mir prinzipiell ganz gut. Das heißt, wir gehen jetzt in die nächstmögliche Trend, in die nächstkleinere Trendstufe und definieren für uns eben jetzt eine Trendwende. Und wir sehen schon hier, natürlich sticht ein Level heraus und das ist jetzt in dem Fall dieses. Wobei, das ist ein Widerstand, das muss nicht grün sein. Nehmen wir mal eine Farbe, die neutral ist. Dunkelblau ist ganz gut. Nein, das ist zu dunkel. So, nehmen wir das hier. So, dieser Bereich ist wichtig und wäre hier dann für eine Trendwende sicherlich interessant untergeordnet. Das heißt, wir würden jetzt nicht kalt reinkaufen, in der Hoffnung, der wird schon drehen, sondern ein Indiz auf eine untergeordnete Trendwende, übergeordnete Trendfortsetzung durch Entstehen einer neuen Bewegung, wäre hier über der psychologischen 1,52, 5er Marke tradbar. Wir müssen auf den Tageschart hinweisen, denn wenn wir uns das mal so angucken, dann sind wir wieder in einem neuen Aufwärtstrend. Aber der jetzige Aufwärtstrend, den wir betrachtet haben, den untergeordneten, diesen hier, oder auf dem H1-Chart, ist jetzt völlig wurscht. Dieser untergeordnete Aufwärtstrend ist ja übergeordnet nur diese Durchbruchsbewegung. Das sieht man hier eigentlich relativ schön. Und da sind wir für meine Verhältnisse schon relativ weit überdehnt, also überkauft. Gerade wenn wir jetzt nochmal hier mit gleitenden Durchschnitten arbeiten, sehen wir, dass wir uns relativ weit schon von den häufigen Durchschnittslinien hier entfernt haben. Also wir sind sehr weit entfernt für meine Verhältnisse, waren wir hier in der Übertreibung, was waren das, 750 Pips, waren wir im Euro-Australisch-Dollar hier unten entfernt. Und wenn wir uns die Distanz angucken, das sind jetzt auch schon knapp 700. Und rückwirkend gibt es natürlich immer mal wieder Extreme. Aber das ist schon deutlich. Und selbst jetzt wäre ich halt eben vorsichtig, weil wir spätestens hier im Bereich der 1,55 nicht nur die letzten richtigen markanten Höchststände sind aus dem Dezember 2013, sondern auch die Monats eben A200 nicht zu verhachten. Aber eine Korrektur, wie gesagt, würde hier langsam nicht überraschen. Das bedeutet, was heißt das jetzt? Naja, zum einen kann sich der Trend ja noch fortsetzen. Das heißt, da würden wir die Trendfortsetzung traden bei untergeordneter Trendwende. So, und falls er konsolidieren sollte, muss da halt eben der Stop greifen. So, weil wir hier so gesehen auch nicht vermutlich ewig in diesem symmetrischen, sehr harmonisch laufenden Trend agieren werden. Aber jetzt ist eben noch die Möglichkeit, für Long-Position wäre entweder der untergeordnete Stop wichtig, aber übergeordnet sollte es nicht unter die 1,51 gehen. Unter der 1,51 steigt die Wahrscheinlichkeit für eine Korrektur in den Bereich von 1,49,30 rapide an. Das zum Thema Euro, Australisch-Dollar. Dann Kanadisch-Dollar, Japanisch-Yen, schönes Pullback hier auf dem Wochenchart. Hatten wir bereits besprochen. Untergeordnet hatten wir gesagt, naja, das ist zwar nett zu haben, nice to have hier in dem Fall. Als ersten Abpraller, da kann man hier unten sicherlich mit dem Momentum mitgehen und so ein paar Pips abgreifen. Allein durch die Action, die im Orderbuch entsteht, durch die Price-Action. Aber, beziehungsweise die Price-Action, die aus dem Orderbuch so gesehen generiert wird. So ist es fachlich gesehen richtiger. Naja, das reicht nicht aus. Also wichtig ist, dass er hier auch die 103er-Marke knacken kann nach oben hin. Das ist noch viel, 150 Pip sicherlich. Aber er muss den Trend hier auf dem H1-Chart umkehren, damit wir von einer neuen übergeordneten Bewegung ausgehen können. Und da wäre für mich ein frühestmöglicher Zeitpunkt die 103er-Marke. Short geht nicht, weil wir gerade mitten im Pullback übergeordnet bullish sind. Von daher ist das für meine Verhältnisse hier tendenziell eher der Long zu suchen. Es wäre die sicherste Variante. Untergeordnet sind die Einstiege immer möglich. Genauso auch hier. Übergeordnet, schönes Pullback auf die letzten Hochs. Als Galp hat der gut funktioniert, hatten wir ja vorgeschlagen. Aber wenn jetzt da Bewegung reinkommen soll, im Sinne eines neuen Trends, dann wäre dieser erst ab 91, 71 zu definieren. Und das wäre dann auch mein nächstes Kauflevel. Was interessant ist, was man sich noch angucken könnte, wäre natürlich noch ein sehr eng gestoppter Longscalp bei 89, 97. Hat man ein schönes hohes Chancen-Risiko-Verhältnis. Also wichtig sind zwei Marken, die 90er und hier die oben die 91, 70er. Das zum Thema Neuseelandisch-Dollar-Japanisch-Yen. Euro-US-Dollar ging heute ein bisschen nach unten. Hat sich mehr oder weniger relativ lustlos, Volatilitätsarm gezeigt. Natürlich, es ist auch letztendlich so, dass die FOMC-Zinsentscheidung diesbezüglich eher auch dazu führt, dass kurz vorher die Marktteilnehmer eher zurückhaltend sind bezüglich der Entwicklung. Also, dass dann die Action erfolgt eben bei den Nachrichten. Und hier ist es so, dass wenn der Euro-US-Dollar jetzt hier massiv durch die 1,2630 gehen würde, und das ist durchaus machbar, dann wäre das sehr bullisch zu werten. Und wir hätten direkt Platz nach oben in den Bereich der 1,2883. Noch ist er relativ gut unterstützt, zumindest solange er über der 1,2356 bleibt. Ein Tagesschlusskurs unter 1,2356 sollte in den Bereich der 1,2243 führen. Hier unten wären dann neue Long-Positionen zu suchen, zumindest als kurzfristige Korrektur-Trades. Beim British-Fund-US-Dollar hat sich wenig getan. Die warten jetzt alle auf FOMC. Auch hier tut sich momentan wenig. Seitwärtsphase, beziehungsweise, die meinte ich eigentlich, untergeordnet. Diese Seitwärtsphase, fast schon vertan. Naja, und da gibt es nur wenige Möglichkeiten, jetzt diese zu handeln. Weil entweder man handelt hier noch so einen kleinen Spike nach unten, untergeordnet, wenn er dreht. M1, M5 relativ eng gestoppt. 1,5570 bis 1,5546. Relativ enger Stopp, also nicht viel weiter drunter als unter der 1,5520. Durchbruchstraight, nehmen wir mal an. Zinsentscheidung kommt im Januar plus 10%. Man hat sich in der russischen Zentralbank orientiert und will jetzt auch seitens der FED 10, 20% machen. Sie merken, ich überspitze leicht. Aber man muss immer mit Überraschungen rechnen. So, wer weiß, was da gesagt wird. Es ist sehr einprägsam für die Märkte. Und von daher muss man einfach mit allem rechnen. Natürlich wird die FED jetzt nicht die Zinsen anheben um 10%. Wobei das auch schon in der amerikanischen Notenbank-Historie vorgekommen ist. Also man soll niemals nie sagen. Und vor diesem Hintergrund ist es natürlich dann auch mit einem absolut bärischen Durchbruch hier zu rechnen. Im britischen FED US-Dollar. Ich persönlich werde mich da zurückhalten innerhalb der Range und den Ausbruch dieser Seitwärts-Range umsetzen. Das zum Thema britischen FED. Gut, was haben wir noch? Euro, US-Dollar. Hatten wir schon besprochen. Euro, nee, US-Dollar, Kanadisch-Dollar. Aktuell auf dem Tagesschart weit in der Bewegung. Und ich würde hier noch gerne mal einen Rücksetzer sehen. Wenn der Rücksetzer kommt, so idealerweise in diesen letzten Bereich. Dann wäre das für meine Verhältnisse ein schöner Trade. Wenn man jetzt hier ungefähr, ich mache das jetzt nur schematisch. Wenn wir das hier so als Aufwärtstrend definieren. Wir hatten hier durchaus eine Trendbeschleunigung. Und so in diesem Bereich von 1,1436 bis 1,1380 könnte man hier noch eine Long-Position mittelfristig bzw. natürlich auch kurzfristig umsetzen. Im sehr, sehr kurzfristigen Bereich wären erst dann wieder Long-Positionen zu bevorzugen, wenn er hier die letzten hochspricht als trendfortsetzender Ausbruchstrade. Wobei wir bedenken müssen, dass wir übergeordnet schon relativ überdehnt sind. Das zum Thema US-Dollar-Card. British Fund NZD habe ich mir aufgeschrieben. Den hatten wir auch schon lange, lange nicht mehr. Da habe ich mir aufgeschrieben, doppelte Flagge. Genau, das ist eigentlich, wenn man es so sieht, dann sind es hier mehrere Flaggen. British Fund NZD ist ein richtiges Flaggenproduziermaschine. Also die, da findet man häufig diese Marktmuster. Sei es mal drum. Hier in dem Bereich generieren wir aktuell eine weitere, zumindest aktuell noch bärisch wirkende Konsolidierung. Und was natürlich interessant wird, es ist jetzt für meine Verhältnisse gefährlich, die jetzt schon zu shorten. Aber was natürlich nochmal interessant wird, wenn er tatsächlich hier dann bricht und neue Tiefs macht. Das sind so die, wobei dann teilweise schon der Einstieg ein bisschen zu spät sein könnte. Aber es sieht aktuell noch bärisch aus und übergeordnet ist es halt eben so eine Geschichte. Da kann man erst, übergeordnet kann man erst dann Longposition aufbauen, wenn er hier diesen Trendkanal nach oben hin verlassen hat. Aber in der momentanen Situation pendeln wir hier in der Korrektur. Das wäre dann hier die übergeordnete Situation. Gold tat sich wenig, da bin ich mal gespannt auf Janet Yellen. Eher mit leichten Abgaben im Bereich der 11,80. Tut sich nichts. Nun zum Thema DAX. DAX ist für mich erst wieder Long, wenn ich hier über die 9700-Punkte-Marke ansteigen kann. 9.720. Dann haben wir Potenzial bis 9,9 oder sogar 10,1. In der jetzigen Situation um den DAX, weil der ist relativ volatil. Und die Volatilität im DAX grundsätzlich hat mich heute ein bisschen überrascht, weil er ist noch ein bisschen stärker. Gucken Sie sich mal den S&P an. Der hat sich heute nicht nennenswert bewegt. Aber alles in allem muss man sagen, was sind denn hier die Strategien. Und aktuell ist der Markt noch abwärts gerichtet. Das ist klar aus der markttechnischen Perspektive. Aber wenn wir hier oben ausbrechen sollten über diese Hochs, dann hätten wir eine Trendwende und dann könnten wir hier eine Long-Position aufbauen. Das wäre der Long-Trade nach oben hin, hier. Alternativ wäre nochmal ein völliger Abverkauf durch den Fettzinsentscheid. Aber hier unten, Tages EMA, SMA 50 und Wochen EMA, SMA 200 und Wochen EMA, SMA 50. Die obere 200 und die 50. So, das heißt, da würde ich jetzt nicht shorten. Der kann hier reinstechen und das ist mir aktuell zu gefährlich. Das heißt, wenn er bullisch nach oben explodiert, kaufen über 2030, sticht er nochmal nach unten, abwarten, wie er hier reagiert. Eventuell macht er einen Boden und dann würde ich den Boden hier nochmal kaufen, weil übergeordnet ist das dann sicherlich nochmal sehr interessant, wenn er hier nochmal ein bisschen konsolidieren würde. Aber man sieht es, Tages 200, wenn er jetzt nochmal runter geht, da hier unten wären durchaus schon interessante Möglichkeiten. Das letzte Mal hat das mit Verzögerung funktioniert. Also stellen Sie sich das einfach hier in diese Situation vor. Es bleibt interessant. Morgen früh werden wir diesbezüglich näher darauf eingehen. Das war es von meiner Stelle aus. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Good trades und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.